servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal mit guten neuigkeiten für alle die damals in battle for azeroth nicht gespielt haben denn um diesen schönen ausblick über die welten des addons zu bekommen muss man fliegen können und das kann man nicht einfach so sondern man benötigt stand jetzt noch einen erfolg und zwar hier dieses pfadfinder von battle for azeroth teil 1 und 2 das ist wenn man damals nicht gespielt hat etwas langwierig zu machen mittlerweile also wir sehen hier der teil 1 erfolg ihr müsst erforschen ruf sammeln questlines abschließen und so weiter und so fort und danach müsst ihr im zweiten step auch die neuen gebiete und so weiter erkundigen erkunden unter anderem jetzt ist es so dass auf den beta servern zu dragonflight war die bedingung dass ihr diese erfolge braucht um fliegen zu können auch schon entfernt wurden wir hatten das damals gezeigt habe ich eingeloggt mit einem char der das nicht freigeschaltet hatte und es ging dann trotzdem auf einem neuen account allerdings zum addon release hat blizzard sich das scheinbar anders überlegt und man konnte dann doch nicht fliegen jetzt ist es aber wohl tatsächlich offiziell ich packe euch die quelle dazu in die video beschreibung da könnt ihr es auch euch noch mal durchlesen aber in dem neuesten ptr bild wurde die bedingung entfernt dass ihr diesen fahrtfinder erfolg benötigt um in suldazar oder zandala und kultiras fliegen zu können das heißt ab sofort oder ab 10.0.7 könnt ihr euch dann auf euer flug mount schwingen und einfach hier durchflattern ist eine ganz nette edition aber nicht traurig sein wenn ihr die erfolge trotzdem noch macht oder gemacht habt die belohnung für wunderschwinge 2.0 die bleibt auch trotzdem erhalten also wenn ihr dieses mount haben wollt lohnt es sich trotzdem noch die erfolge zu machen das mount zeige ich euch natürlich auch mal schnell und da ist es es ist quasi ein robo papagei würde ich es jetzt mal nennen ist ein ganz schickes mount ähm und wie bereits erwähnt nur über diesen erfolg erhältlich damit auf jeden fall danke an euch fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat und ihr keine news verpassen wollt lasst sehr gerne ein like und ein abo da und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten Video